Mit den Volkskammerwahlen vom 18. März waren die Weichen für eine schnelle deutsche Einheit durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gestellt. Innerhalb von kürzester Zeit waren nun grundlegende und umfangreiche Angelegenheiten zu regeln, um eine gesamte Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung umzuwandeln, von der internationalen Bündniszugehörigkeit über die Apothekenordnung bis zur Rentenversicherung. Dabei wurde den Ostdeutschen ein doppelter Sprung abverlangt. Erstens der Sprung aus einer Planwirtschaft, in der die Zeit stillgestanden hatte, in die postmodern pluralisierte Marktwirtschaft, an die sich die Westdeutschen über Jahrzehnte hinweg hatten gewöhnen können. Und zweitens der Sprung in das nochmals beschleunigte Zeitalter der heraufziehenden Globalisierung. Bereits zwei Monate nach den Volkskammerwahlen und 36 Tage, nachdem die erste frei gewählte Regierung der DDR unter der Leitung von Ministerpräsident Lothar de Maizière ihre Arbeit aufgenommen hatte, im Mai 1990 wurde in Bonn der erste Staatsvertrag unterzeichnet. Sein Kernstück war für die Bevölkerung die Währungsunion, die Einführung der D-Marc in der DDR zum 1. Juli 1990. Zuvor war kontrovers um den Umtauschkurs gerungen worden. Auf dem freien Markt lag der Wechselkurs zwischen DDR-Marc und D-Marc bei etwa 8 bis 9 zu 1. Und für ökonomisch vertretbar hielten westdeutsche Ökonomen und die Bundesbank einen Umtauschsatz von 2 zu 1. Die Erwartungen der ostdeutschen Bevölkerung, von westlicher Seite im Volkskammerwahlkampf vielfach unterstützt, lauteten indessen eindeutig auf 1 zu 1. In der Tat hätte ein Umtauschkurs von 2 zu 1 bedeutet, dass die DDR-Marktbeträge, die nominal ohnehin viel niedriger lagen als vergleichbare D-Marktbeträge, dass diese Beträge abermals halbiert worden wären. Die Ostlöhne hätten sich dann auf weniger als 20% der Westlöhne belaufen. Und das war in der Realität kaum vorstellbar und das hätte vor allem zu weiterer Massenabwanderung aus der DDR geführt. So wurden schließlich die laufenden Zahlungen im Verhältnis 1 zu 1 umgestellt, ebenso bis zu bestimmten Höchstbeträgen Bargeld und Guthaben darüber hinaus im Verhältnis 2 zu 1. Alles in allem wurde die Mark der DDR um das 2- bis 3-fache ihres marktüblichen Tauschwerts aufgewertet. Gesellschaftlich, politisch war das unumgänglich. Aber das Dilemma war dramatisch. Der DDR-Wirtschaft gab dieser Umtauschkurs nämlich den endgültigen Todesstoß, weil die Kosten der Unternehmen in keiner konkurrenzfähigen Relation zu ihrer Produktivität standen. Wie in vielen anderen Fällen im Zusammenhang der Wiedervereinigung blieb letztlich, wie es Lothar de Maizière einmal formulierte, nur die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen. Um die sozialistische Staatswirtschaft in eine Marktwirtschaft auf der Basis des Privateigentums zu überführen, wurde das sogenannte volkseigene Vermögen, das heißt das Staatsvermögen, einer neu eingerichteten Treuhandanstalt übertragen, die es privatisieren sollte. Am 1. Juli wurde die Treuhandanstalt dadurch Eigentümerin von sage und schreibe 7.894 betrieben, mit 4 Millionen Beschäftigten und einer Grundfläche, die mehr als die Hälfte der DDR umfasste. Diese Treuhand war konfrontiert mit einer Aufgabe ohne Vorbild. Dass dabei ursprünglich erwartet wurde, dass die Treuhand aus der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft etwa 600 Milliarden D-Mark erlösen würde, von denen die Kosten der Wiedervereinigung zum großen Teil beglichen werden sollten. Dass also erwartet wurde, dass die Treuhand 600 Milliarden D-Mark erlösen würde, tatsächlich aber die Treuhand mit einem Defizit von sage und schreibe 230 Milliarden Mark abschloss. Dass sich die Differenz also zwischen Erwartung und Ergebnis auf sage und schreibe 830 Milliarden D-Mark belief, das sagt alles über den Zustand der völlig desorganisierten und dysfunktionalen, heruntergekommenen und maroden DDR-Wirtschaft, über die Dimension der Wiedervereinigung, aber auch über ihre Fehleinschätzung. Mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 1. Juli 1990 war die Mangelwirtschaft in der DDR vorüber. Zugleich stürzte die Wirtschaft der DDR endgültig ab. Alte Märkte wie der Osthandel brachen weg. Auf den Neuen war sie nicht konkurrenzfähig. Und auch in der DDR dominierte nun die haushoch überlegene westdeutsche Konkurrenz. Die industrielle Produktion in der DDR brach ein, tiefer noch, viel tiefer als erwartet. Und alle Maßnahmen seitdem haben es nicht vermocht, selbsttragende wirtschaftliche Strukturen in den neuen Ländern zu etablieren. Entsprechend schnellte die Arbeitslosigkeit nach oben in einem Land, in dem Arbeitslosigkeit stets kaschiert worden war, offiziell also nie existiert hatte. Und sie lag dauerhaft auf doppelt so hohem Niveau wie im Westen. Die Massenarbeitslosigkeit blieb die Achillesferse der deutschen Einheit. Die politischen und rechtlichen Grundlagen für die deutsche Einheit legte dann auf über 1000 maschinenschriftlichen Seiten der zweite Staatsvertrag, der als Einigungsvertrag bekannt wurde. Als sie am 31. August 1990 unterzeichnet wurde, hatte die Volkskammer bereits in den frühen Morgenstunden des 23. August mit 294 gegen 62 Stimmen den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik zum 3. Oktober 1990 beschlossen. Als Gregor Gysi, der Vorsitzende der SED-Nachfolgepartei PDS, nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses erklärte, die Volkskammer habe soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober 1990 beschlossen, brach, wie das Protokoll ausweist, jubelnder Beifall aus. Den Beitritt vollzog dann rechtlich gesehen gar nicht mehr die DDR. Vielmehr wurde sie an jenem 3. Oktober 1990 in einer juristischen Sekunde von den neu gebildeten Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen abgelöst, die dann gemeinsam mit Ost-Berlin dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitraten. Damit war die deutsche Frage, die Deutschland und Europa seit dem 19. Jahrhundert in Atem gehalten hatte, gelöst. Staatsrechtlich, ebenso wie völkerrechtlich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, in der 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 ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020